ja aber dann hast du deinen zeitkarakter so da brauche ich eine große die ich habe mir den fliegenden besser zu bekämpfen was geht es hier wir müssen in den 13 minuten am besten so viel wie möglich gegner besiegen wie es geht es ist so ein kleiner bonus zusatz modus es gibt hier 27 gegner noch 26 und wir müssen in der zeit so viel wie möglich gegner besiegen das ist doch so ein kleiner zusatz modus den es hier gibt ja nicht der an sich ganz lustig ist den kann man auch ganz gut mit mehreren spielen also für archiv menschen müssen wir den auch mit mehreren spielen sonst fand weg da ist doch hier irgendwas ist doch hier ich wusste doch hier ist doch irgendetwas gegner viel spaß auf jeden fall was sind da waren rot auch hier bist du ja genau das wirst du machen wo ist denn hier die wand ich glaube du hast mir gerade ein paar rote bekommen aber das ist ja ich muss den glaube ich einmal wegpfeifen moment wie ich hätte mal ganz kurz die blauen ach so hier ist jetzt ja genau ich habe da aufgemacht was soll ich spielst blätter uns abnautige maria budget woher gute frage das also sind das sind auch spiele worauf du jetzt gerade bock hättest also ich würde sagen mit blättern weitermachen ist glaube ich nicht verkehrt wenn du sagst du hättest fast alle dann würde ich sagen go for it jetzt nicht aufgeben so ich gucke einmal kurz auf der karte da sind noch ganz viele bei mir im wasser oben und da wo ich gerade stehe da komme ich irgendwie nicht rein da brauchen wir glaube ich erst die brücke du kannst da sind doch diese schad zu geht es einfach wie ich glaube du musst echt hier so durchs wasser so hier rüber hüpfen und dann okay hier ist noch ein pikmin von der ich pack den mal bei mir eine basis das sind mit ihr doch das löffeln das ist natürlich mit dem charakter der bei mir ist dem packe ich auch mal hier der ist ja auch von seinem roten pilz muss einfach da zu mir kommen da oben ja genau ja du musst auch gut dich hinstellen vielleicht nicht aus dem wasser raus sondern rechts drauf auf land also kannst den vogel probieren wenn du möchtest der ist du musst einfach nur geduldig sein kannst ja erstmal auch den frosch kaputt und noch mal kurz auf der karte jetzt weg 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 einfach weg von dem einfach range und wenn er jetzt vergräten gehst du hin und sobald der kopf rauskommt mit allen bewerfen bis der zu groß ist jetzt nicht mehr ja ansonsten heißt es immer geduld halten am besten ja wenn sie da irgendwie festgebissen wollten die weg aber ja 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 das ist ein pigment aber nicht ich mir die noch mal schnell was du kannst auch wenn der kurz rausguckt mit x diaden anstürmen nein aber wobei ich glaube das ist vielleicht doch lieber werden also jetzt meine überlegung ja genau das ist so ein schalter es gibt zwei da musste drauf und dann geht darunter wenn er irgendwas drauf ist und dann muss ja genau dann geht er nämlich wieder hoch da sind die dinge okay ich muss noch mal auf dem blog drauf aber dann bräuchte ich noch mal einen anderen charakter der ist ja aber ich bräuchte noch mal ein also auch alle drei leute da da kann ich bin auch kaputt ich bin auch kaputt was habe ich davon du am besten drauf werfen habe ich gemacht und dann sind die einfach jetzt hier natürlich solltet ihr da weg oder der nächste ich hab dann machen die schon ist das eine spinne weiß ich nicht gleich ja sie haben ihn das hat vier beine eine kleine die rauke